Hallo und herzlich willkommen, lieber Fisch, zur Taroskop-Legung mit Ella. Wir sind in der Woche 29. April bis 5. Mai 2019. Ja, wir sind schon im Mai. Geht schnell, ich weiß. So, wir schauen, welche Energien für dich in dieser Woche so vorherrschen, was für dich nutzbar ist oder was vielleicht auch nicht. Wenn es nicht passt für dich, versuch es bitte auch nicht passend zu machen. Wenn es für dich passt, kannst du das selbstverständlich nach Herzenslust für dich verwenden. Wir schauen mal, was von außen kommt, von deiner Umwelt. Welche Energien da auf den Fisch in dieser Woche zukommen? So, was haben wir denn da? Wir haben die Zwei des Wassers. Das ist die Zwei der Kelche. Das ist Seelenverwandtschaft, das ist ja sich auf Augenhöhe begegnen, Gleichklang auf einer Wellenlänge. Das kommt dir entgegen. Das ist sehr schön. Ist auch deine Energie. Wasser. Wir schauen mal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Dein Wunsch in dieser Woche. Deine Hoffnung und Ängste. Was gut ist für dich. Was nicht so gut ist. Und natürlich der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, dazu haben wir jetzt noch die Tageskarten. Das heißt, für jeden einzelnen Tag der Woche, welche Energien da vorherrschen. Wir schauen mal. Und du schaust natürlich, inwieweit das in deine Situation hineinpasst. Und ja, dann kann das natürlich auch ein anderer Wochentag sein für dich. Das ist für jeden anders. Deswegen mach dir keine Sorgen. Auch wenn das ein anderer Tag ist als gelegt. Und du findest das wieder und kannst es verwenden. Wunderbar. Deine Energien sind interessant. Was du deiner Umwelt entgegenbringst, wie du dich nach außen zeigst in dieser Woche. Wir haben den König der Kelche. Auch deine Energie. Gefühle im Griff. Das heißt also keine Dramatik oder irgendwas, sondern so wie das angebracht ist. Manchmal ist es auch so ein bisschen, wenn es dir Vorteile verschafft. Also wenn, dann lass es dir bitte nicht anmerken. Das wäre nicht so schön. Aber der König der Kelche hat eben seine Gefühle im Griff und weiß, wo er hin will damit. Dann haben wir den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. So. Beginnen wollen wir immer mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Und da haben wir für den Fisch die Vier der Luft. Sehr schöne Energieruhephase. Das hatte der Wassermann auch. Also gut überlegt. Das passt zu deiner Energie, König der Kelche. Nichts überstürzt, sondern wirklich planmäßig. Das ist Sachlichkeit, aber eben auch gezielt auf die Dinge hinarbeiten, die man möchte. Und was möchtest du, dein Wunsch? Zehn der Luft, Zehn der Schwerter, Dinge hinter dir lassen. Du möchtest, dass Dinge beendet sind. Du möchtest einen Schlussstrich ziehen unter alte Verletzungen, Enttäuschungen, was auch immer. Und du möchtest frei sein davon. Kann ich gut nachvollziehen. Hoffnung und Ängste ist die Acht der Luft. Das ist die Acht der Schwerter. Ja, das ist wahrscheinlich die Angst, dass du mit deinen Gedanken, dem was du vielleicht dir wünschst und wie du das voranbringen kannst, dich im Kreis drehst. Das ist ja eine Befürchtung. Und um da eben rauszukommen, ist der beste Rat, hol dir Rat oder steig aus aus diesen Gedanken. Tu etwas ganz anderes, damit du eben nicht dich nur hier im Kreis drehst. Versuche, das so sachlich wie möglich anzugehen. Und wie gesagt, entweder jemanden zu Rate zu ziehen, der dich gut kennt oder dir den guten Ratschlag geben kann. Oder eben, wie gesagt, kurzzeitig aus diesem Gedanken Fahrrad oder Wasserrad oder Hamsterrad auszusteigen. Was ist gut für dich in dieser Woche? Die neuen des Wassers, die neuen der Kälte. Dein Wunsch erfüllt sich. Also Wunscherfüllung. Das heißt, du kannst Dinge beeinflussen, dass sie in deinem Sinne ausgehen. Das ist schon mal sehr gut. Die Frage nur, wie? Und ich denke mal, wenn du deine Gefühle im Griff hast, von außen kommt dir sehr viel Gefühl entgegen oder jemand, der mit dir auf einer Wellenlänge ist, hast du schon genügend Unterstützung, dass du in die richtige Richtung gehst, deine Gedanken eben sich nicht dauernd im Kreis drehen. Also achte darauf. Nicht gut? Boote des Wassers. Page der Kälte. Das ist ein Angebot. Das kann eine Liebe sein, das kann auch ein Jobangebot sein, was auch immer. Ist in der Position nicht gut für dich, wäre also Vorsicht angesagt. Egal, wer auch immer in dieser Woche auf dich zukommt oder wenn du das Bedürfnis hast, jemandem ein Angebot zu machen, überlege. Du hast die Vier der Schwerter. Nicht zuvor schnell agieren. Vielleicht ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Dann haben wir als Ausgang Vier der Erde. An Dingen festhalten. Das ist eine Erdenergie. Das passt gut zu den Vier der Schwertern. Überlegt und stabil und sicher. Das heißt, in dieser Woche ist es wichtig für dich, dass du stabilen Boden unter den Füßen hast. Dass du also nicht so, ich sag mal, unrealistische Dinge in Angriff nimmst oder versuchst umzusetzen. Das wäre jetzt so mein Gedanke dabei. Schauen wir mal, was wir hier haben. Am Montag haben wir die Neuen der Münzen. Unabhängigkeit und Freiheit. Du bist ein freier Geist und das ist auch erdgebunden. Das heißt, du hast dir durch deine Arbeit, durch das, was du tust, schon ein bisschen Freiheit sozusagen erarbeitet. Das ist ja schon mal sehr schön. Dann haben wir hier die Sieben der Stäbe. Du bist auch bereit, dafür zu kämpfen, dich einzusetzen, das zu verteidigen und das auch nicht loszulassen. Das ist auch okay. Kann natürlich auch sein, dass du diese Rüstung in der falschen Situation anziehst oder dich in der falschen Situation wehrst. Aber ich denke, die Gefahr besteht aufgrund dessen nicht, weil du Dinge überlegt tust. Am Mittwoch haben wir den Erfolg mit den sechs der Stäbe. Das heißt, du kannst deine Unabhängigkeit erfolgreich verteidigen. Was auch immer da kommt. Wir schauen mal weiter. Donnerstag haben wir die Zwei der Münzen. Die Zwei der Münzen ist, dass du unschlüssig bist, ob du das eine oder das andere tun sollst. Möglicherweise hast du auch zwei Jobs, die du nebeneinander betreibst. Oder das eine ist dein Hobby, das andere ist dein Job. Und du weißt nicht so recht, in welche Richtung du sollst. Deswegen vielleicht hier die Acht der Schwerter. Wir haben die Drei der Münzen. Das ist Zusammenarbeit. Das ist eben Umrat fragen, dein Gegenüber fragen, was der oder diejenige davon hält. Und ja, vielleicht könnt ihr das sogar gemeinsam umsetzen, denn das ist ja auch Zusammenarbeit. Dann haben wir den König der Münzen, Sicherheit und Stabilität, Erdenergie. Es geht ja in dieser Woche darum, Dinge zusammenzuhalten. Also keine hochfliegenden Pläne auf den Weg zu bringen und die Bodenhaftung zu verlieren, sondern eben sicher und stabil zu sein. Und das sieht so aus, als ob du das unter Mithilfe eines Gleichgesinnten eben schaffst. Wir haben die Neun der Kelche. Wunderbar. Deine Wünsche erfüllen sich. Du kommst deinem Ziel auf jeden Fall ein großes Stück näher. Jetzt gucken wir mal, was wir an Details noch finden können, was dir irgendwo weiterhilft, was dir sagt, wo die Reise hingehen soll oder wie du das am besten umsetzen kannst. Du hast die Vier der Luft oder Vier der Schwerter. Ein Neubeginn. Und die Fünf der Schwerter. Das bedeutet, dass möglicherweise deinem Neustart eben ein paar Hürden im Weg stehen, die du aber mit Sachlichkeit, Durchsetzungskraft und Unterstützung auf jeden Fall überwinden kannst. Die Zehn der Luft, Enttäuschung hinter dir lassen. Da haben wir die Vier der Schwerter und da haben wir die Drei der Schwerter. Du bist auf einem guten Weg. Vier der Schwerter ist auch Heilung, ist eben auch die Dinge hinter sich zu lassen. Dauert halt noch ein bisschen, kann noch ein bisschen dauern. Du bist noch nicht bei den Zehn der Schwertern oder dass du dich vollkommen davon befreit hast. Aber du bist auf dem besten Wege dazu. Die Acht der Luft ist dieses Gedankenkreiseln. Wir haben Kraft und wir haben die Sechs der Schwerter. Auch das geht in ruhigere Gewässer unter Mithilfe eines Gleichgesinnten, einer Gleichgesinnten. Neun des Wassers Wunscherfüllung ist gut für dich. Das stärkt natürlich auch dein Selbstvertrauen, Kommunikation und der Ritter der Schwerter. Das ist eine schnelle Energie. Ich glaube, dass sich Dinge manchmal schneller entwickeln, wenn wir selber nicht unbedingt immer direkt was dazu beitragen, sondern indem wir auch ein bisschen abwarten und uns Zeit lassen mit den Entscheidungen. Diese Entwicklung kommt durch die Kommunikation oder es ist schnelle Kommunikation, die dir hilft, deine Wünsche zu erfüllen. Eben auch diese Verwundung hinter dir zu lassen. Bote des Wassers ist möglicherweise ein Angebot, was auf dich zukommt oder das du unterbreiten möchtest. Wir haben die Sieben der Münzen. Schau dir an, was du hast, was du jetzt in diesem Augenblick hast und was du damit anfangen kannst. Wo soll die Reise hingehen? Welche Möglichkeiten hast du? Wir haben die Fünf der Kelche. Ich glaube, dass es darum geht, zu überwinden, wenn du möglicherweise ein Angebot verpasst hast. Oder wenn du denkst, du hättest ein Angebot verpasst. Guck mal, wir haben hier die Zwei der Kelche und wir haben von außen die Energie der Zwei der Kelche. Du musst es auch sehen. Du musst auch sehen, wenn einer dir Unterstützung bietet. Freundschaft. Vier der Erde, zehn der Stäbe und fünf der Münzen. Das ist Rückzug von diesen Dingen, die dich belasten. Du willst Stabilität und Sicherheit? Ja, aber du willst nicht immer derjenige oder diejenige sein, der das alles alleine trägt. Und das ist auch gut so, da darfst du dich auch zurückziehen. Du hast Unterstützung und nicht alles, was sich dir bietet, ist eben gut. Schau dir an, was du hast und siehe das, was sich dir bietet, was schon da ist. Das ist wahrscheinlich jemand, der dich unterstützt, was du vielleicht noch nicht so wertgeschätzt hast bisher. Neun der Münzen, Königin der Kelche und vier der Kelche. Das könnte etwas sein, was dir geboten wird, eine Unterstützung, aber du bist gewappnet, du bist unabhängig. Du lässt dich nicht so leicht einlullen in dieser Woche durch schöne Worte, Komplimente und so weiter. Das ist das, was ich hier oben auch sehe, ja, dass du zwar Möglichkeiten hast, aber nicht alles eben direkt annimmst, sondern dem auch, ja, ich sag mal, eine Prüfung folgen lässt. Du bist gewappnet mit den Sieben, der Stäbe, der Wagen rollt, ja, das ist in deiner Hand. Du hast die Zügel in der Hand, auch in der Liebe, auch was die Liebe betrifft, ja. Sehr schön, das ist der König der Kelche, deine Energie. Du weißt, wo du hin willst und was du brauchst, um glücklich zu sein. Der Erfolg, Veränderung und drei der Münzen, Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit bringt die gewünschte Veränderung, die dich dahin bringt, dass du, ja, mit dem zufrieden bist, was du hast. Du bist zwar noch ein bisschen unsicher, wir haben hier die Heilung und wir haben die neuen Möglichkeiten. Das heißt, du bist dir noch nicht sicher, aber du hast hier die drei der Münzen, hier die drei der Münzen und du hast jemanden, der auf deiner Wellenlänge arbeitet und der dir ein guter Ratgeber ist. Könnte ein Wassermann sein, weil der Stern ist die Wassermannkarte. Und hier mit dem Ass, mit dem Page der Münzen, startest du mit kleinen Schritten in eine neue Richtung. Da hast du dann auch wieder die Zusammenarbeit. Königin der Schwerter und Hierophant. Das ist wirklich auch alte Sachen hinter sich lassen. Das dauert vielleicht ein bisschen, aber du glaubst daran. Du glaubst an dich, du glaubst an die Dinge, die dir wichtig sind. König der Münzen, Acht der Schwerter und Acht der Münzen. Die Acht der Schwerter ist wieder dieses Gedankenchaos, aus dem du dich befreien sollst, ja. Das schaffst du durch Arbeiten auch an deinen Gedanken, wie du die Dinge siehst, an deinen Ansichten. Und das könnte ein Ehrzeichen sein, was dich unterstützt, kann aber einfach diese Energie sein, dass jemand sehr, ich sag mal, pragmatisch die Sache dir vorlebt und du kannst dich dem anschließen. Neun der Kälte, König der Kälte und das Ast der Münzen. Also es läuft alles hervorragend, wenn sich das auch erstmal nicht so anfühlt, nicht sofort. Aber es läuft in deine Richtung. Das Ast der Münzen ist auch ein Neuanfang in Stabilität und Sicherheit. Also, mein lieber Fisch, du hast deine Gefühle im Griff und die Dinge erfüllen sich, wenn du Geduld hast, wenn du kleine Hürden überstehst, wenn du den, ja, ich sag mal, die schlechten Erfahrungen einfach noch ein bisschen abarbeitest. Du heilst auf dem Weg dorthin, wo du dich in Sicherheit bringst, sozusagen. Wir haben die Karte, Engelkarte, Akzeptieren. Akzeptieren ist nicht anderes als bedingungslose Liebe. Die Engel ermahnen dich, jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist, ohne ihn zu beurteilen, zu tadeln oder ändern zu wollen. Wenn du alle Menschen und Dinge hundertprozentig akzeptierst, empfindest du keinen Groll und keine Feindschaft mehr gegen sie. Wenn du, ähm, ja, in dieser Haltung des Akzeptierens kannst du niemandem Schaden zufügen. Das ist ein sehr hoher Seinszustand und für uns Menschen schwer zu erreichen. Denn es ist eine göttliche Eigenschaft. Trotzdem lenken die Engel deine Aufmerksamkeit nun auf diese innere Haltung. Auch dich selbst musst du vorbehaltlos akzeptieren. Wenn du das wahrhaft tust, ruhst du in dir selbst und bist voller Zuversicht und Selbstvertrauen. Dann kommt dein göttliches Selbst zum Vorschein. Affirmation, ich akzeptiere mich selbst und andere Menschen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wie schon gesagt, es ist nicht ganz einfach, ja, aber man kann ja daran arbeiten, man kann es wenigstens versuchen. Aber es muss ja auch im umgekehrten Fall so sein. Ich denke mal, es ist ja nicht nur so, dass man selber das akzeptieren kann, sondern dass das Gegenüber eben ähnlich handeln sollte, damit das vereinfacht wird. So, von den Weisheitskarten der Seele habe ich für dich die Nummer 52, der magische Kartenverwandler. Schauen wir mal, was da drin steht. Der magische Kartenverwandler. Das göttliche Prinzip inszeniert unser aller Schicksal. Wenn diese Karte zu dir kommt, dann lautet ihre Botschaft an dich. Werde auf die Menschen aufmerksam, die in dein Leben treten, um dich auf deinem Entwicklungsweg voranzubringen. Vielleicht begegnest du einer verwandten Seele, deren Gegenwart dich dazu animiert, dein bestes Selbst zu sein, das dir möglich ist, oder einem Menschen, der dir aus einer schwierigen Lage heraushilft und dich an einen sicheren Ort geleitet oder zum Erfolg führt. Achte heute auf die Menschen, die deinen Weg kreuzen und dich dazu veranlassen, über die Reise deines Lebens nachzudenken. Sei wach und bewusst und du wirst in ihnen die Mittler des Wandels erkennen, die sie sind. Deine ganze Wahrnehmung dessen, was du bist und warum du hier bist, wird sich verändern. Der magische Kartenverwandler enthüllt dir immer ein besseres Bild deiner selbst. Ja, ich sehe das in der Veränderung hier, dass jemand dein besseres Selbst in dir hervorholt. Wir haben die zwei der Kälte da. Und ich denke, die Zusammenarbeit mit dieser Person wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Und ja, du bist vielleicht dann nachher überrascht, wie gut das alles dann funktioniert. Jedenfalls sieht es so aus. Ja, mein lieber Fisch, ich denke mal, das ist eine sehr schöne Legung im Sinne von, ich entwickle mich weiter. Ich sorge für Veränderungen, positive Veränderungen in Zusammenarbeit mit einem Seelenverwandten. Und habe dabei meine Gefühle im Griff. Das heißt, sie reißen mich nicht mit, sie lassen mich nichts Dummes tun, sondern sie machen mich sachlich bereit für den Neuanfang und dem Überwinden von Hürden. Großartig. Und ich denke, so solltest du das Ganze auch sehen. Ich bin gespannt über die Berichte und ich bin gespannt, wie euch das gefällt oder wie du damit arbeiten kannst. Und würde mich, wenn es dir hilft, über ein Däumchen hoch sehr freuen. Ich wünsche dir eine interessante, liebevolle und spannende Woche und bin gespannt, wie es weitergeht. Also, bis bald. Tschüss.